Hey Leute, es gibt was Neues bei mir im Dorf. My Little Farmies hat nämlich die Produktpalette erweitert. Ich kann jetzt aus Pflaumen Pflaumenwein herstellen. Dafür muss ich aber erstmal die Pflaumen ernten. Wo ist nochmal die Saftpresse? Ah ja, genau da. Wenn der Pflaumensaft fertig ist, muss er in die Weinkellerei. Machen wir 10 mal Pflaumenwein. So, während der Pflaumenwein hergestellt wird, kann ich euch noch was zeigen. Man kann die Leinhosen in der Färberei rot-weiß färben. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit den neuen Produkten und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch weitere Videos zu My Little Farmies. Drücke den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, klicke auf den mittleren Knopf. Um kein Video mehr zu verpassen, drücke den rechten Knopf.